so willkommen zurück bei pokémon die gelbe edition und ich bin kalt und meine seite ist dimensio und jetzt geht es zum final über zumindest vom siegestraße manche wir sind schon sehr geschwächt außer ja außer dimensio da siehst du mal welches pokémon ist das beste ich habe gegen dieser kosten und alles mögliche auch schon richtig hart gekippt ich muss eben mal schauen dass ich auch gar nicht den felsenfall schiebe sonst kann man ja einfach die tür verlassen ja dann muss ich den ganzen weg normal machen da hast du keine lust drauf richtig die leute wollen ja content sehen auch nicht ja die sind langweiliger gut her schieben oh mein gott und zwischendurch noch mal maschok besiegen maschok ja ok den nehme ich mit weil ähm was besiegen meinst du ja ich besiege ihn nein empfangen tue ich ihn nicht ich meine mitnehmen im sinne von ich benutze ihn um meinen pokémon zu sterben wieso hat das keine wirkung was soll der kampf pokémon ist ja aber es ist natürlich auch takler das musste gegen kampf pokémon traumfresser dann halte ich kalamakus ein bisschen damit er nicht ganz so schwach ist wieder sehr gut was halt sogar sehr viel ist halt 50 prozent von dem was er eben abgesaugt hat das ist ja von damals ich meine derzeit also die regierung kannte ich weiß nicht ob das in dieser edition so war so jetzt muss ich das zwei nach links schieben aber dann weiter nach links weil sonst du hättest zwar links geschoben das ist einfach nicht wert aber kann es doch gar nicht nach unten schieben jetzt erst auf den schalter das macht er den weg da hinten frei oh mein fucking gott wer denn jetzt kleinsteuer verpiss dich wir haben wichtiges zu tun ich dachte immer in der höhle kommen immer sehr viele zubats vor guck auf die höhle an hier mich schwer oh mein gott doch mal hier beim dass das die 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 Legen, 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 legen. Er kann doch was in den Träger noch vergessen. Die haben doch schon gekämpft, aber nicht. Ja, ich dachte, ich wollte nochmal bei Josch dem besprechen. Okay, das ist schon mit ihr gespuppen. Träger sind geborene Kämpfer. Immer auf der Suche nach starken Gegnern. Oh, da haben wir noch nicht gegen die Kämpfer. Ja, also. Ich dachte, ich könnte einfach die umgehen. Parasek. Guck, jetzt nehmen wir zum ersten Mal Parasek und haben ihn schon mal gesehen. Stimmt. Konfugschrei. Ich glaube, wir müssen nicht mehr grünen. Ach, voll. Du bist vergiftet, ne? Nein, paradisiert. Schlimmer. Kann zwischendurch gar nicht angreifen. Und das bleibt auch gleich im Kampf, oder? Ja, leider. Doch wo Schlaf geht weg und so, oder? Schlaf auch nicht. Geil. Nur Verwirrung und Anziehung gehen weg. Achso. Okay. Was ist denn Anziehung, hä? Ja, das glaub ich in diesem Spiel noch nicht. Achso, okay. Pikachu. Äh, ich hab Donnerblitz weg gereicht. Ja, wir haben aber kaum noch Donnerblitz. Was, deswegen setze ich jetzt einmal auf Risiko und setze Donner ein. Okay. Ich bin Leider. Fuck, da haben wir gar nichts, wie ich das hier einsetzen kann. Doch, ähm. Verwahrer. Stimmt eigentlich. Ich hab schon wieder vergessen, ne? Ja. Oh nein. Was ist das? Vom Privatum? Nein, nein. Man trifft es jetzt. Man trifft es jetzt schwieriger. Achso. Aber glücklicherweise hat Feuerwirbel jetzt getroffen. Jetzt ist sich das die ganze Zeit über. Spam ich das, damit es dann langsam stirbt. Okay. Kannst ja spielen. Ja, ja. Ich weiß. Mit Spielen dauert das schon fünf Sekunden, hab ich das Gefühl. Spie, run, stirb. Oh, ich hab keinen Feuerwirbel mehr. Kaito, Mann. Kraserei. Du lexiv. Scheißdreck. Ich hasse Komprimator als Attacke. Scheiß. Kaito. Kaito wird's richten. Aber die Mensch hier hat wenigstens die Hälfte abgezogen. Ging daneben. Und jetzt schlafe ich auch noch. Stirb endlich, du Mösser. Da hast du Getränke drin, die ausgesucht. Ja, ich wäre dran vorbeigegangen, weil es hat einfach keinen Zweck gegen die Situation. Silberblick. Silberblick. Nein, oder? Nein, nicht. Ich würde... Was ist ab dem X, ne? Ich würde wirklich nicht erlernen. Weil Silberblick ist doch... Unwürz. Silberblick erlernen. Silberblick. Ja, Silberblick. 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 Cool, du bist richtig stark. Wir haben alle Feuerwehrleute von Flamara aufgebrochen. Schuss. Wir sind ja bei dem Pokémon Center. Ja, aber wir haben noch mehrere Gegner vor uns gegen die wir kämpfen müssen. Wir hätten uns das alles sparen können, wenn ich einfach an ihr vorbeigegangen wäre. Ja, aber du hast doch gesagt, Flamara setzt man sowieso meistens nie ein. Oder ist ein Scheiß? Oh, jetzt müssen wir gegen die Kinder haben. Egal. Hä? Der ist überhaupt kein Weg. Doch, da ist ein Weg. Den sieht man doch nicht, weil das so scheiß Grafik ist. Scheiße, das hätten wir für Flamara gebrauchen können. Ja, toll. Nose. Siegestraße ist schon schwer, Keito. Wenn man es für ein Kacke spielt, dann ja. Du spielst gerade. Ja. Du wolltest doch gegen die Kinder kämpfen, ich wäre dran vorbeigegangen. Yo, denk an die Erfahrungspunkte. Wir sind nutzlos hier. Können wir nachher noch farmen. Verdammt noch, jetzt stirbt doch endlich, du dumme Sau. Was ist denn das? Ich muss hinterher trainieren und sowas. Ich kann nicht fliehen. Ja, ist ein Trainerkampf. Ja, ich hasse es, solche Kämpfe. Warum ist denn jetzt die Menschen ausgewählt? Ich habe doch den anderen ausgewählt. Egal. Dann muss... Boah, Biswacht so für Schaden. Nein, ich habe den zurückgerufen. Weiß ich nicht. Oh, macht doch wahnsinnig Schaden. Ja. Eigentlich wollte ich einen Aros-Punknummer einsetzen. Ach, scheiße. Kaito ist nicht immer die Lösung. Hier schon. Ja. Aber da musst du wirklich für Mara auswählen. Du hast keine Feuerattacke mehr. Was soll ich machen? Raserei. Ja, genau. Warum schlägt Kaito jetzt? Kaito? Ja, du bist gestorben. Ja, du schlägst was Nächste jetzt. Geil, geil. Ich bin nicht gestorben. Aber ich höchst auf die Weile gesetzt da. Ach, da war der Weg. Den habe ich gesucht. Hast du den jetzt einfach herunterschieben? Genau. Dann fällt er in die nächste Etage. Dann müssen wir ihm folgen. Und dann... Wo ist der scheiß Knopf hier in dieser Etage? In die Richtung oder in die Richtung? Was ist denn das da für eine Plattform da über den Stein? Ja, das ist die, die jetzt verschwinden muss, wenn wir ihn auf den Knopf schieben. Ach so. Sonst können wir da nicht landen, ne? Richtig. Ach so, Top-Beleber können wir doch für Kaito einsetzen, ne? Oder sollen wir uns das lieber aufschlagen? Okay. Wir sind gleich am Ausgang. Und wenn ich durch die Treppe komme, kommen wir zum Ausgang. Und dann kommen wir zum Pokémon-Center. Dann muss ich das jetzt nicht noch verschwinden. Ach so, okay. Oh mein Gott, beweg dich, du scheiß Stein. Kleinstein. Flucht. Du bist nicht wichtig genug, um besiegt zu werden. Oh mein Gott. Du hast noch einen Träger über dir. Den hast du schon gekämpft, als wir hier schon waren. Okay. Ausgang. 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 Was ist denn geschafft? So, raus hier. Ja! Warte! Diddly! Faber X31. Dass sie hier auch noch ein Labyrinth in Geburt haben. Völlig unnötig. Ja. Lass mich hier durch. Power wechselt sich. Schön heilen. Endlich. Können wir vielleicht auch mal im Supermarkt einkaufen, ne? Ja, heilen, 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 heilen. Und dann können wir durch die Tür zu den Top 4, ne? Ja, genau. Aber jetzt noch nicht. Ja, jetzt sagen wir, speichern. Ach, wir sind erst mal neun Minuten? Ja. Dann können wir auch mal im Supermarkt gehen. Ja, das ist trotzdem nicht. Warte mal, das ist gut massiert. Weil, wir können uns ja ausrüsten. Was brauchen wir denn dafür? Ja, wir kaufen, wir kaufen. Oh, guck mal, wie viel Geld wir haben. Ja, wir haben eine Million. Ja, genau. Dann sagen wir, wir tun jetzt alles in Genesungsitems. Lieber holen wir uns ein paar noch. Außer wir haben die eine Million, wir haben nur 100.000, ne? Ja, wir haben noch. Kann ich doch. Schlechte im Rechnen, ne? Schlechte Zahlen, aber nicht. Ich hätte eine Motte im Objektor. Ja, ich kann nicht mehr rechnen ohne Klaschenrechner. So. Haben wir hier nur Top Genesung? So, die brauchen wir gar nicht. Also, du meinst doch, äh, Belieber ist besser? Nein, Top Belieber ist doch, wenn das Pokémon K.O. ist. Ich meine, es würde reichen, wenn wir hier Hyperheiler kaufen könnten. Äh, Hypertränke meine ich. Aber das ist halt ganz voll, ne? Ja, das ist halt vollständig. Ich weiß, aber unsere Pokémon haben alle unter 200 K.P. Deswegen brauchen wir das an sich nicht. Boah, aber wenn ich die hinterher tangiere. Ach du Scheiße. Das holte ich jetzt nicht. Wir nehmen erstmal 5 mit von Edersaute. Was ist der Unterschied zwischen Top Trunk und Top Genesung? Top Trunk heilt auch noch Statuswerte. Das heißt, wenn es schläft, oder verbrannt ist, oder vergiftet ist, kann es auch noch heilen. Okay. X, vielen Dank. Okay. Oh, nochmal in den Beutel gucken, ob noch irgendwas dabei ist, was wir nicht mehr brauchen. 10 und 5, was ist denn das? Mega Kick. Ein Pokémon Ball rein. Wer könnte das erlernen? Ah Gott. Das wäre eine Kampfattacke, das wäre... Ja, das wäre hilfreich. Kampfattacke. Oh ja, wo ist das? Weiß ich nicht. Ich schau jetzt mal, was er hat an Attacken. Ah, vergiss mal. Ja, zeigt mir, welche Attacken da sind. Verdammt nochmal. So. So. Boddisfit-Lehrung, Stärke, Erholungsverfahren. Ne, das bringt alles nichts. Die sind alle sinnvoll. Obwohl wir so bleiben erstmal. Pikachu? Kannst du auch? Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Wieso? Nein. Oder Karl-Marcus? Nein, nein. Wir legen das eigentlich mal ab. Ab zurück. Obwohl Karl-Marcus? Der Gose, Traumfresser, Gachtnebel und Kumpustrahl. Die vier Kumpustrahl, ne? Ja, das ist schon hilfreich. Ja, wenn er noch eine andere Attacke hat. Aber wer ist denn dann? Wie ein Kung-Fu-Strahl? Kung-Fu-Strahl würde ich sagen. Bei Hypnose können wir nicht löschen, sonst ist Traumfresser noch so los. Ja, und Traumfresser können wir aber löschen. Ja, das ist eine Heilungsattacke, die werden wir nicht löschen. Ja, aber andersrum würde es gehen, wollte ich dir sagen. Ja, andersrum würde es gehen, aber das werden wir nicht löschen. Warrier konnte doch auch so eine Genesung, dass er einschlägt, ne? Ja, genau. So, kommt Flugstrahl. Und er lernt einen Mega-Kick. So, raus, sichern. Okay, und im ersten Part gehen wir dann die Top-4 besiegen. Die Top-4 besiegen, aber vorher wird Demenzie und die Pokémon hier ordentlich trainieren, da wird auch eine Chance gegen die Arme. Ja, genau, bei Level 46er Pokémon können wir da durchmarschieren. Nein, 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 eher nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder auf Video. euer Kai und, euer Kai-Tho und Dimension. Ciao. Bis zum nächsten Mal.